Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Heute mit ein bisschen was anderem und zwar auch wieder mit Zeit, aber nicht mit Zeitpunkten, sondern mit Zeitverschiebungen. Offsets, Time-Deltas, wie man es auch nennt. Und wir können uns ein sogenanntes Time-Delta relativ easy erstellen. Und zwar können wir hier einfach hergehen, mein Delta, Delta heißt immer Differenz sozusagen, das kommt aus der Mathematik. Und wir können hier ganz einfach hergehen, pd.naja, Time-Delta eben. Das ist nicht besonders schwer. Wir können hier auch wieder relativ simpel eingeben, was wir ganz gerne hätten. Wir können hier sagen, ein Tage, Achtung, hier Days. Wobei, wir können auch mal gucken, ob wir mit Day klarkommen. Und wenn wir das jetzt hier mal laufen lassen, sieht das Ganze so aus. Also selbst Day würde akzeptiert werden. Wir können natürlich auch One Days schreiben und anschließend irgendwie eine Zeit angeben oder sowas. Zum Beispiel, sagen wir mal, eine Stunde. Eine Stunde. Und das sieht dann so aus. Also das Ding hat, ja genau, Stunde muss natürlich im richtigen Format sein. Wenn man die Sekunden vergisst, dann macht das auch keinen Sinn mehr. Genau, also das sieht dann relativ intuitiv aus. Wir können hier relativ direkt sagen, wie groß soll denn eigentlich unser Time-Delta sein. So, und jetzt können wir ganz einfach hierher gehen, wenn wir uns so eine Timestamp hier von hier oben gemacht haben. DFT war ja so eine Timestamp. Oder war das eine Timestamp? Ne, das war keine Timestamp mehr. Das war eine richtige Periode sogar schon. Dann machen wir uns einfach eine. Das heißt, wir sagen hier pd.toDatetime plus Delta. Und ja, wie groß soll denn unsere, oder was soll denn unsere Date-Time sein? Sagen wir einfach mal 2021. Und das war es dann auch schon. Was wir hierbei rausbekommen ist, wir hätten es nicht anders glauben können. Natürlich steckt hier, wenn wir dieses To-Datetime ausführen, am Ende der 1., der 1. 2021 drin, um 0 Uhr 0. Und wenn wir das Time-Delta draufrechnen, sind wir natürlich ein Tag später, also am 2.01. und eine Stunde später, also um 1 Uhr. Das heißt, wir können hier mit Mathe machen sozusagen. Wir können plus, minus rechnen. Malung geteilt kann ich euch nicht versprechen, dass das funktioniert. Das macht auch irgendwie wenig Sinn bei Tagen. Ähm, aber ja, plus, minus können wir machen. So, ähm, natürlich ist das noch nicht, also auch hier wieder die Erstellung, ne. Ähm, das, was ich hier jetzt als String gemacht habe, ihr könnt das natürlich auch über NumPy-Time-Deltas machen. Ihr könnt das über Date-Time-Time-Deltas machen. Ihr könnt das über fast alle Möglichkeiten machen. Ihr könnt ganz, ganz komische Formate machen. Ich würde euch halt am ehesten das empfehlen. Es gibt auch noch To-Time-Delta. Das geht genauso. Also pd.toTime-Delta. Das ist das da. Ähm, und das ist relativ ähnlich. Sähe dann zum Beispiel so aus, ähm, wobei wir hier tatsächlich eine Liste eingeben können. Wir müssen aber nicht. Und in dem Fall haben wir natürlich hier einfach 3, 2, 1, beziehungsweise 4 plus 1 macht 5, ähm, als Time-Delta bekommen. Okay, also super flexibel das Ganze. Wenn wir das jetzt anwenden wollen, also als Operation sozusagen, ähm, dann gehen wir jetzt hier einfach mal her und sagen, wir nehmen uns dieses Date-Frame hier, ähm, Date-Frame 2 und, ähm, wollen das jetzt hier damit verändern. Date-Frame 2 plus. Achtung, wir machen jetzt hier nicht mehr die, äh, Columns rein, sondern, also diese pd-Index, sondern das wird jetzt hier tatsächlich unsere, ähm, unsere tatsächliche Eingabe. Und, äh, hier kommt ein Komma rein. So, und Columns haben wir eigentlich nur, äh, Time, sowas in der Richtung. Äh, ja, natürlich sollte als String. So, und dann sieht das so aus. Ähm, wir haben hier gesagt, wir hätten ganz gerne im 5-Minuten-Takt ab dem 13.12.2021, und zwar 100.000 verschiedene Zeiten. So, was genau ist jetzt hier passiert? Wir haben nämlich ab dem 17.12. gestartet um 3.02.2021, eine Sekunde. Wie kann das sein? Nun, ganz einfach, wir haben hier unten das Plus ausgegeben. Das heißt, wir sagen, jedes einzelne Element, quasi wie bei einem normalen Skalarenwert auch, jedes einzelne Element in deinem Date-Frame hier drin wird mit diesem Delta, ähm, addiert. Also, das heißt, wir shiften sozusagen alles ein Stück weiter. Das funktioniert genau gleich wie jeder mathematische Begriff auch hier, und wir können das genau gleich anwenden. Shiften hingegen ist ein sehr, sehr sinnvoller, ähm, Punkt hier. Denn, was wir auch machen können ist, wir können hier ganz einfach mal was machen. Also, wir können natürlich auch Date-Frames miteinander addieren oder subtrahieren, ja, da kommt jetzt hier einfach überall nichts raus. Also, es ist überall halt null Tage drin, ähm, weil die sich halt gegenseitig aufheben. Aber, was wir jetzt auch hier machen können ist, wir können shiften. Und jetzt wird's interessant. Shiften bedeutet, wir verschieben sozusagen unsere Zeit. So, jetzt gucken wir hier mal ganz kurz rein. Wir sehen, hier fangen wir an bei null. Dann haben wir fünf Minuten später und so weiter und so fort. Aber am ersten Platz steht not. Also, sowas wie not a time, wenn ihr so wollt. Und was hier passiert ist, ist folgendes. Wir haben tatsächlich einfach jedes Datum genommen und haben es eins weiter geschoben. Deswegen sind wir jetzt hier unten auch bei, also wir sind immer noch bei 10.000 Reihen, aber wir sind eben hier nicht mehr komplett an dem Punkt, wo wir vorher waren, äh, sondern eben eins weiter. Wir haben das, was, Sekunde, das, was hier vorher stand, haben wir hierher geschoben, das, was da stand, haben wir dahin geschoben und so weiter und so fort. Deswegen ist not a time anstelle null. Cool. Alternativ könnt ihr Shift auch so benutzen, dass ihr quasi das ganze Ding, deswegen hier in diesem Video, das ganze Ding als eine Art Time-Delta verwendet. Ähm, es gibt nämlich den Modus, also ihr könnt hier angeben, wie viel ihr shiften wollt. Ihr könnt natürlich auch 10 Plätze shiften, das geht genauso. Dann shiftet ihr halt um 10 weiter. Und gut, die andere Richtung kennen wir ja schon. Also quasi, wenn wir alles um 10 weiter verschieben wollen, also zum Beispiel 10 Tage verschieben wollen, dann kennen wir das ja. Ja, dann machen wir hier einfach ein, äh, pandas.toTimeDelta von, äh, 10 Days. Also das wäre quasi die Alternative, wenn wir quasi, oder 10, ähm, 10 mal 5 Minuten in dem Fall wären es dann, wäre natürlich auch möglich. Aber genau, dann würden wir halt einfach das Ganze verschieben. Achtet hier auch, wie gesagt, auf diese not a time. Das, äh, kann auch immer sein, dass wir die halt drinnen haben. Ähm, ich mache jetzt hier mal folgendes. Wir kennen nämlich ja schon den einen Aufruf. Und zwar sage ich jetzt hier Punkt, ähm, Drop N-A. Ups. Also von dem Ergebnis, von dem ganzen Berechnungszeug hier, da wollen wir jetzt N-A droppen. Und hier sehen wir, dass wir dann einfach bei 10 anfangen. Also das würde natürlich auch immer auf dem Ergebnis funktionieren, wenn ihr die N-A's droppt, dass ihr dann einfach das rausschmeißt. Aus eurer Liste raus, oder? Ihr könnt natürlich auch füllen, äh, wenn ihr da irgendwas reinfüllen wollt von irgendwelchen Timedeltas. Aber ich glaube, bei Zeit macht das am wenigsten Sinn. Ähm, macht hier mehr Sinn, das zu droppen. Und ja, das könnt ihr natürlich damit auch machen. Und damit war es das eigentlich auch schon zur Zeit. Wir haben jetzt noch ein größeres Kapitel vor uns. Und dann, glaube ich, sind wir vorher erstmal fertig. Aber wenn ihr, wie gesagt, noch Schwierigkeiten mit irgendwelchen Themen habt, irgendwelche Lifehacks oder sowas in Pandas kennt, falls ihr selbst da drin Experte seid, dann bitte, bitte sendet mir die zu. Dann kann ich da gerne noch ein Video dazu machen. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.